Rote Rosen Vorschau Folge 3675 Sandra hadert mit sich, ob sie gegen Malte vorgehen und ihre Freundschaft zu Annette aufs Spiel setzen soll. Schweren Herzens leitet sie schließlich die Ermittlungen ein. Doch Malte beschleicht die Ahnung, dass Sandra ihm und Petrov auf den Fersen ist. Birgit kämpft entschlossen um Matthias, mit Erfolg. Er will die nächste Lieferung stoppen. Doch sie hat Bedenken, mit Niki und Sandra in der Nähe Matthias je wieder für sich alleine zu haben. Da bringt Gunter sie unbeabsichtigt auf eine Idee und sie beginnt, bei Matthias Zweifel an der Vaterschaft zu sehen. Amelie kann Charlotte gerade so vor dem K.O. Tropfen Täter retten. Dann bricht Charlotte in ihren Armen zusammen. Simon ist geschockt und wacht die ganze Nacht an ihrem Bett. Als Charlotte aufwacht, bekommt Simon Schuldgefühle. Warum hat er seine kleine Schwester nicht beschützt? Gunter ist unglücklich. Als Dörte bei ihrem Einzug im Gutshaus das Abschiedsgeschenk von Norbert aufstellt. Doch sie kommt alleine darauf, dass die Vergangenheit hier keinen Platz mehr hat. Så lasst euch ein bisschen zu... Das ist das bei der Vergangenheit hierher. Aber es geht nicht nurisesti. So wenn ich sie nicht beschützt, dann muss die Gefangenheit ein bisschen zu überstehen. Also geht es nicht in den Hügel aus der Beine.